Ja, wir haben dieses Game Eiskite noch geholt dann gegen Ende hin, einfach. Das... Ich hätte es aber nicht aufgenommen, leider, aber... Nehmen wir mal Trash, Monga. Oh Gott, Alter, Mann. Ist jemand ein Stoßtrupp und ich muss Stoßprofe machen. Wenn du Trash nennst, dann... Oh, die Trash-Kombi, Alter. Die Trash-Kombi, Alter, Mann. Man kann eigentlich richtig gut Trash-Kombi machen, denk doch mal nach. Wenn du das richtig uptimest, wenn du das richtig uptimest, ich einen Typen parry und ich den gegen die Wand smasche, kannst du das gut uptimen und vorher dein Unblockable aufladen, Alter. Und gerade im Moment, wo ich der Bam den dagegen gestoßen habe, machst du dann den Unblockable. Also hast du mich schon vorbereitet. Umgekehrt, wenn du deinen komischen Schlag oder, keine Ahnung, Uppercut oder was immer das ist, auflädst, kann ich ihn in dem Moment genauso, entweder aufladen oder Scrap den halt mit dem... Scrap den Todesnir. Tja, das mit dem Grab ist viel besser, weil... Meistens ist das so, wenn mal zwei Fette am Blockable auf den Gegner draufpassen, dann zählt nur einer. Weißt du vom Damage her, der andere macht dann irgendwie fünf Damage. So, aber der Grab dann ist da eine Verzögerung dabei. Da kann man richtig gut betecken jetzt. Ist eigentlich geil, Kombi. So, jetzt kommt wieder dieser richtig sexy... Der kommt nicht mal jetzt, Alter. So, jetzt kommt wieder dieser richtig sexy Sound, Alter, den jeder mag. Ich muss sagen, dass mein Trash-Mongaba schon ziemlich sexy aussieht, dafür, dass ich nur einen Skin habe. Also, weil ich mir gekauft habe für Echtgeld. Ich hätte nicht gerade dir was sagen wollen, Alter. Aber du hast an sich schon interessante Muster für den. Hast du überhaupt ein Muster für den, oder ist das nur die Farben? Ja, ja, natürlich habe ich... Du hast ein Muster, du hast ein Muster. Ja, ja, du hast ein Muster. Du hast ein Muster geholt, ich weißt du. Für Echtgeld. Also, es waren eben halt nur 10 Euro, aber keine Ahnung. Es war das erste Mal, dass ich mir wirklich einen Hero für Echtgeld geholt habe. Weil ich wollte einfach das kompensieren, weißt du. Diese... Diese Verzweiflung, dass das Update so scheiße war mit diesen ganzen Lacks und so. Musste ich das einfach komprimieren, eben. Weißt du. Ja, ist einfach so. Aber es wurde immer noch schlimmer. Es hat nicht gereicht, weil ich hatte genau dieses Gefühl wie dieser Typ von eben. Wo er dachte, dass der Warmongar hat, dass der alles whacken kann. Weißt du. Genau das hatte ich auch. Und Warmongar generell ist du ein Hero, der gar nicht so ist. Spaß noch wie gedacht hast, ja. Und ich habe noch für Echtgeld geholt, deswegen ist es sowieso nicht dieses Gefühl, dass du etwas erreicht hast. Aber was ich gerade sagen wollte, ist... Ich habe wieder vergessen. Was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte, das mache ich. Ich gucke mir an, wie der nächste... Der nächste Charakter wird. Ja. Außerallerdings. Und dann... Wenn der besser wird als der Warmongar, dann hole ich den mir vielleicht. Weil ich habe bis jetzt Echt auch noch kein einziges Geld investiert, außer dem Spiel zu kaufen. Und das ist an sich für meine Verhältnisse, wie die Leute sagen traurig. Auch hier, die Leute. Das sind wir jetzt auch so... Tja. Ich helbel. Das ist mal. Ja, klar. Das ist richtig geil jetzt hier, viel geiler das Team, wir haben jetzt viel breiter und so. Oh die Ader kommt direkt der nächste. Oh dieses Timing Bruder, Trash of Doomness, wir sind richtig Trash. Nein, greif an! Ich habe keine Stamina deswegen. Achso, okay. Das war zu obvious, Alter. Weißt du, wenn nichts funktioniert, dann fangen alle Oberen an diesen scheiß Light Dings zu spammen. Wege alle spammen Light, weil es ein scheiße ist. Es ist einfach Konsolenscheiß. Konsolenscheiß? Das geht natürlich auch, Alter. Ja, ich mache die Mitte gerade. Ja. Nein! Oh, sehr geil, das war, ja. Weißt du, tut mir leid, Alter. Ich möchte einen scheiß Streak unterbrochen. Okay, Dennis, du hattest sowieso keinen Streak. Deswegen ist das schon gut so. Guck dir mal, wie feil das hier unten ist dann, Alter. Junge. Richtig geil. Ich liebe sie in der Ferne. Oh. Oh, fuck. Du hast nur abgefakt. Ja, ich kann nicht abfacken. Warum schaut da eigentlich keiner drauf? Wo ist die Fenster? Alter, da ist doch wir schon wieder bei B, ein Gegner. Ja, okay, ich komme danach zu B. Ich musste kurz danach diesen Typen exekutieren, den Orochi, Alter. Oh, hier bist du sogar. Ja, okay, dann gehe ich hier rum zu B, Alter. Ja. Hier unten sieht das so gechillt aus, Mann. So richtig geiler Ort, Alter. Was machen wir? Nein. Ich hoffe, du bist nicht alleine dort gerade. Geil, ich konnte noch exekuten, Alter. Okay, ich komme jetzt wieder zu dir. Live parried mich. Töte ihn, töte ihn. So, ich konnte wenigstens noch ein bisschen Damage drücken hier. Mit Trashmonger. Mach deine Zone, Alter. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Zone. Töte den Wichser. Och, er haut ab. Keiner Peko allein. Der kommt noch. Okay, ich spawn. Oh, dann kommt direkt der nächste. Der kommt direkt der nächste Peko. Ich gehe jetzt mal hin und bin ein bisschen toxisch mit Corruption. Ja. Lalalalalala. 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 Oh, er ist ja jetzt hier alleine. Lötter, ne? Hier hat dieses Dampf halt zu dem drin. Ja. Er spammt er so'n Scheiß. Immer dieselbe Scheiße. Boah. Einfach weil ich diese Attacke mag. Ich komme wieder zu dir, ne? Yo. Als was? Ich brauche auch so Ewigkeiten immer. Ich bin richtig skillful. Ich benutze Trashmonger. Ich bin jetzt ein guter Spieler. Ich bin jetzt ein guter Spieler. Zona A eingenommen. Zona A eingenommen. Ich komme jetzt zu dir, mein kleines. Süßes kleines. Zona A eingenommen. Ich komme jetzt zu dir, mein kleines. Was hast du ja versucht, oder? Ja, ich hexte Kultide. Nein. Halt den Ab. Nein. Nein. OOOOOO. Oh, kleiner Peckhor. Der musste blocken, deswegen konnte er es nicht parrien. Ja, man. Zerrissen ab. Auto5. Digga, ich bin die ganze Zeit im Hintergrund mein Unblockable Dauch, weißt du? Und fack den an. Ich bin echt eine Nütze. Oh, du bist ja ein Nütze. Ich bin ja nochmal, wenn die rollt, ich bin ich auch rollt. Die kleinen Wichse. Noch zwei Player. Wieso? Dann das nach oben. Dann das nach oben loben. Sorry, ist ein Harp. Ich wollte ein bisschen queuren. Ich bin sommertoxik, Alter. Jumper lässt sich richtig viel Zeit für die Toxigkeit, Alter. Die typische räudige Huren-Sonne. Ein Klassiker. Die allerletzte Exekution. Ich hab noch mal so 30 Jahre von dem, Alter. Du musst es ja noch mal reindrücken. Normal, Alter. Mit toxischen Spielern immer. Dann muss das immer sein, Alter. Ja, Mann. Vor allem bei denen, Alter. Das ist eigentlich die dickste Huren-Sonne-Exekution, Alter. Weil es immer so friedlich gemacht ist, weißt du? Ja, Mann. So von wegen so Rest in Peace. Du hast eben voll gekämpft und so. Du Huren-Sonne. Ja, Mann. Aber genauso. Du Huren-Sonne. Dieses Komma da hinten. So hinten dritte Handringen, weißt du? Ich wusste grad vorher dein Manuelsen-Daten. Hast du das so gesagt? Hast du auch manchmal so ein Gedanke, dass egal was du tust, dass es alles sinnlos ist, um das du totgelangweilt bist? Meinst du jetzt oder meinst du allgemein? Prinzipiell dein Leben, Alter. Ich mein, du bewegst dich immer. Wenn man mehr Bewegung macht, dann hat man ein anderes Mindset und dann ist man aktiver. Ja. 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 Also das ist die Leben, Alter. Bei mir ist es ja ein bisschen nur rumsitze, wenn ich arbeite, aber dann komme ich wieder gelangweilt vor, wenn ich zu Hause bin. Ja, so. Ja, prinzipiell. Also bei mir ist es einfach Sportbewegung, Alter. Es wird mir viel mehr gut tun, wenn ich so ein Dojo jeden Tag im Sport mache, weißt du? Oh, ist ja geil, Alter. Das ist viel mehr mein Ding, Alter. Ring mal bell, baby. Ich finde es, wenn man so eine Routine hat, wird es aber irgendwann schnell langweilig, Alter. Ja, ja. Mir fällt zum Beispiel auf, wenn ich mich vollkommen nur auf die Arbeit oder Realität konzentriere selbst, ohne irgendeinen Gedanken. Okay, okay. Jetzt mal weiter. Wie geil, ich parry den Scheiß, aber es passiert nichts. Ach, ja. Ja. Lucky besters. Man kann auch nicht mal blocken, Alter. Ja. Ja. Dann müssen alle wieder dead, Alter, Mann. Soll ich das Ding... Ja, ist ob die da alle auf diesen einen Tiefen draufgehen, Alter. Zwei, Alter. Junge! Meine Güte, Alter. Dass ich die Wand nicht getroffen habe, aber... Ich kann auch gar nicht anfaken, Alter. Das ist ja richtig räudig, Alter. Ich muss frei von dir. Ich habe das geparriert. Ich wusste, dass er von links kommt. Ich muss frei von dir. Das Game ist richtig cancer, aber... Danke schön. Zwei Leute kommen hier hin. Ich dachte, es gibt zwei Tieren, die... Jetzt check ich das, ey. Ja. Ja. So. Habt den einen hier. Ich komme zu euch drüber. Mhm. Okay. Jetzt klettert er doch diese scheiße Leiter hoch, Alter. Wenn du es schaffst, lockt ihn mal zu der einen Kante hier. Ja. Ist auch nicht. Ja, ich kriege wenig. Mhm. Mhm. Digga, wie kann ich an dem vorbeigeschlagen haben gerade? Du hast mich an dem vorbeigeschlagen, hat da einfach Heavy Armor. Ich hab dich nicht mal getroffen, doll. Nee, ich hab's gesehen. Aber so oder so, Alter. Wie? Der parriert mich! Der hat überhaupt keine Recht mich zu parrieren, Mann! Digga, ich will, dass parrieren es funktioniert nicht. Mhm. Ahhhh. Oh. Wenn das geklappt hätte, war... Hätt gelacht. Ich kann mir das zu dir, war. Oh, ja. Versuch, mich ein bisschen durchzuhalten. Ich mach kurz B. Ein paar Sekunden. Ja, versuch's auch. So, jetzt kann ich jetzt wieder. Obuschka. Alter, dieses Spiel ist so schlimm gerade, Mann. Jäger Alter! In der Centurio kann dich nur stunnen die ganze Zeit. Kannst du hier hinkommen, Bruder? Komm hier hin? Ja, unser ganzes Team kommt gerade zu dir gefühlt. Was ich aber nicht wiederum nicht blicke eigentlich. Warum die alle jetzt da hinrennen? Und wie das hier? Ja. Ich bin mal ein Mensch. Okay, das ist doch sicher. geboomst, alter diesen Gladiator ja, der Ende ist Gerätspüle, das wir dann ziehen mal gucken, ob unser Bot was reißen kann Digger hat gerade richtig gut hier rausgekommittiert aber der hat mir natürlich geholfen hier der Boy aber trotzdem, ich war gerade im Flow Alter gehts hier ich hab den Dings geholfen, also den Gladiator aber dann musste ich mich wieder zum Torio mit so einer Scheiße zuspammen, Alter ah, dumpf, ne, ich wusste es ja, ich geh immer auf die gleiche Scheiße ran warum sind jetzt alle wieder bei mir eigentlich ich komm zu dir Boy ich sterb einfach, weil er mich da runter gehauen hat ah, Junge ah, Junge ich spiel wie ich echt schlacken ich spiel wie ich echt schlacken ja ich komm jetzt grad zurück spiel, spielst du, spielst du, spielst du dieses kleine Drecksspiel, Alter ja, das bleibt dann nur am Ende pass auf schade ja, die spänen am Ende nur Digga, das ist, ey, das ist ohne Witz, Digga du hast das gecallt und der hat's gemacht, Alter man, weißt du, ich mein Digga, ich versuche gut mit ich hab die Rostion, Alter ich geb mir Mühe ja, mit Tjani könnte ich jetzt sogar noch mehr reißen ja, natürlich, Alter natürlich, Alter ja, 3DG ist die C, Alter als ob die jetzt nicht Spot kriegen die haben das abbekommen WTF WAS 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 FÜN'ER RANGE absoluter Bullshit in dem Spiel weh wir gehen zu zweit gegen den Portfall bleib doch an ich hab A geholt, schnell jetzt kommt ihr hier zu mir zu zweit schön, ich kann jetzt auch zu diesem Tandy oh, er hat ihn geholt guter Boy So, ich mach jetzt den B. Ende im Gelände. So, ich muss jetzt den Cheap mir helfen. Alle drei gehen dann zum C-Spot. Gut, der wird raus. Freut mich. Ja, er kommt weg. Er rennt zu euch, gell. Was? Oh, nur der Gladiator. Da wird wahrscheinlich zu euch, gell. Jetzt mal. Das ist ein Idiot, Alter. Ja, ich hab einen geholt und den Gladiator. Dafür wurde es schon wieder exekutiert, Alter, man. Und er überweifte mir den Kanan, den abhält davon. Ja. Naja. Und jetzt bei den B.A. noch dazu. Nächster, bitte. Erstmal hier jetzt. Dass der Bot den einfach Eisgeld noch geholt hat sogar. Ehre. Ich hab absolut keine Ahnung, wie wir die Runde geholt haben. Ja, Mann. Wir haben uns ja auf jeden Fall geholt. Und was das jetzt. Dass du aber auch jetzt mal genug für mich schauen und haben. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hä, Mann. Já. Jah, Mann. Wenn,alı tale, wound sulphut, wird es nicht so schnell weiter und OK, das war'short, dass du Sl 2004 bei's listenism ausgleichen, Jusk余 Folie zu ta opportunities gewinnen. Ch Щiblik, Philippuc,��挑azi und hopen Pizza,